So, ich habe gestern den Tag ein bisschen genutzt und habe mir die ganzen Skills durchgelesen und mal geguckt, was man so alles noch machen kann in dem Spiel, wie man seinen Charakter verbessern kann, ein paar Sachen noch herausgefunden und ich bin momentan jetzt erst mal ein Bild testen. Habe ich soweit noch nicht gespielt, bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Wenn nicht, müssen wir noch mal umskillen. Oh, ansonsten, ich habe da eigentlich nichts verpasst. Ratefakt, müssen wir uns noch aussuchen. Ich habe keine Ahnung, was man hier nimmt. Also, beziehungsweise, ich habe mir überlegt, also entweder Slash oder Smash, aber das Ding ist, ich habe keine Ahnung, ob Smash gleich Crushing ist, ob es das gleiche ist und es nur falsch übersetzt wurde. Weil wenn ich mir, wenn ich was verbessern will oder verstärken will bei mir, das ist entweder Slash oder Crushing. Das sind so meine Main Skills. Aber ich denke mal, ich nehme Slash. Wir können das Ding ja sowieso später noch mal austauschen gegen ein besseres. Nehmen wir das erst mal. Nehmen wir schon mal ein Artefakt, wo ist das hin? There you go. Damage, Damage Rate, Hit, Fighting Spirit. Okay, durfte unsere Combat Power auch noch mal gut steigern. Not bad. So, Katalapes brauchen wir noch. Haben wir eigentlich auch. Da gibt es auch ein paar ganz gute Sachen. Ich habe mir überlegt, was Offensives zu nehmen. Ich meine, es ist halt, denke ich mal, Matter of Preference, würde ich sagen. Weniger Damage Taken. Crit Damage. Crit Chance. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, auf wie viel Crit Chance ich am Ende komme. Sind jetzt gerade bei 49%, was... Ich weiß auch nicht, was das Limit ist. Ob es bis 100% geht? Wahrscheinlich nicht. Also der Tag wäre halt so ziemlich, ziemlich ein No-Brainer. Und der Tag Speed weiß ich halt nicht, wie gut es ist. Ist halt so eine Sache. Was muss die anderen so machen? Ich würde sagen, wir nehmen einfach eins. Wenn wir das falsche nehmen oder so, haben wir halt Pech gehabt. Tag Speed klingt natürlich nice. Ich weiß nur nicht, wie viable das dann im Endgame ist. Oder ob wir so viel überhaupt brauchen. Deshalb denke ich, ist eigentlich Attack mit das Beste momentan. Oder Crit Chance. Beziehungsweise Crit Damage. Das ist ein Crit Rate. Fatal wahrscheinlich. Nehmen wir das. Zack. Schauen wir mal. Ob das unsere Combat Power auch nochmal steigert. Müsste eigentlich, hat der Tag. Okay. Äh, 140k. Wir hätten eigentlich genug, um die komischen Stages da zu laufen. Das ist aber nicht zuverlässig. So, den Rest können wir hier kaputt machen. Da brauche ich nichts von. Dann machen wir mal die Dailies, würde ich sagen. Dreimal das komische Labyrinth. Irgendwie hatte ich auch noch eine Quest, dass ich das Labyrinth machen muss, um meinen Talisman-Slot freizuschalten, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie gesagt, das ist erstmal ein neuer Skill-Build. Ich muss erstmal gucken, ob der funktioniert. Wir kommen noch nicht weiter, okay. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie, das war nicht dead. Okay, das scheint nämlich nicht zu funktionieren. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass es nicht funktioniert. Das ist richtig, was ich schon für mich. Danke, dass ich dich vorher sagt. Ich kann nicht nur den Labyrinth machen. Ich kann nicht nur den Labyrinth machen. Ich kann nicht nur den Labyrinth machen. Okay, das war nicht Continuieren. Das ist eigentlich wichtig. Und duóriost Diriger. Und du musst dich aus. Ich kann nicht mehr an. Ich muss einfach, dass du einen Labyrinth machen willst. Ich muss auch nicht nur den Labyrinth machen. Und was haben wir so schönes, nur Gold, ok. Was sagt denn unsere Quest? Naja genau, wir wollten die Queste auch noch abgeben, was ist das her? Stimmt, die können wir auch abgeben. Not yet available, ok. Okay. 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 Jetzt testen wir mal, wir haben 18 Sekunden cooldown auf den Skill und es passiert gar nichts. Was? Was? Ach komm. Gibt es doch gar nicht. 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 Das ist ja doof. Was haben wir noch? Wir haben das Zeugs hier. Gibt es doch gar nicht. Gegner. Wollt schon sagen. Gibt es doch gar nicht. Gibt es doch gar nicht. Oh no. Gibt es doch gar nicht. Ja, nice. Geil. Okay, Bro. Gibt es doch gar nicht. Schließen. Nice. Direkt. Und direkt nochmal. Gibt es doch gar nicht. So, diesmal gucken. Ging jeder fest oder was? Okay. Muss man richtig babysitten, den NPC hier. Ich bekomme meine Enchanting Orbs, okay. Good to know. Poison Enchantment, Poison Enchantment. Mystery Wood Box, Step 3, okay. Schauen wir mal, was drin ist. Drei Red Stones. Okay. Schauen wir das auch. Imprinting und Hand oder was das hier auch immer ist. Dafür gibt es die Combat Power. Hier genauso. Ist die Frage, ob ich die Combat Power noch schaffe. Na ist egal, wir machen die Dailies jetzt einfach. Ich will die fertig haben, können wir dann, wenn der Reset um 15 Uhr ist, dann direkt nochmal machen. Beziehungsweise, ich will sie jetzt halt nicht verstreichen lassen. Schon wichtig, die Dailies zu machen. Ich will sie dann von uns geben, wenn das neben mir zur Gianfonte war. Ich will sie nicht auf dem Schlüssel. Nachdem sich die Dailies zu machen. Hier ist die Dämonen schweßen über die Tür. Der Juni ist so schwer, wenn sie zu kaufen ist. Ich habe ihn auszügel. Um, von einem Dämonen schwecken. Hurt schon beide Dämonen schwecken mit Dämonen. Dämonen schwecken, Dämonen schwecken. er hat gar nicht mehr auf war was ist ja oh Gott Stakes were made, war daneben gesammelt was am Weshach ist Gems müssen wir uns mal merken was wo droppt ja also hier droppen Gems davor waren es so Enchant Zeugs Sapphire Accuracy Tupas Ice ok wir können auch noch mal rein hier das ging ja auch nach Zeit ne nur der Boss ging nach Zeit oh ich hab eigentlich gerodged ok Zeit für eine Entrance-Animation ey ok what ich hab das geschafft ich hab das geschafft jetzt ja hat zu viel dmg gefressen es macht Sinn Wo ist das hier eigentlich? Da können wir eh nichts mehr bekommen. Ich hoffe, das Fire... Crit, was ist das? Damage Rate, okay. Nice. One more. Diesmal muss ich daran denken, dass ich mein Ultimal nutze. Ich bin jetzt extra mal mitgeskillt, vorher hatte ich es halt nicht gehabt. Vorher hatten da noch keine Punkte. Oh. Ich hasse das jetzt mal ohne Jog. Die Kodis-Winds-Abfrage ist so nervig manchmal. Du kommst einfach an den Mobs nicht vorbei. Ist das hier der Kraken oder was? Zeit für Ulti oder was? Let's go. Ist ja nix. Okay, und genau rein in die... Wave. Oh yeah. Psst. Ich glaub, wir sterben. Ich würd ja sagen, jetzt haben wir mal das Ulti gesehen, aber gesehen hab ich nicht wirklich viel davon. Oh, Level 2. Reihe-Enchantment. Perfekt. Next stop imprinting. So, ich glaub, die mittlere Reihe wollte ich machen für die Imprints. Ah ja, stimmt, die haben wir noch gar nicht ausgerüstet. Machen wir danach. Ich wollt ja noch ein paar Sachen machen. Ich wollt ja die Imprint-Dinger noch reinmachen. Als ob er noch nicht tot ist. Let's go. Cat attack. Okay. Interessant. Komm, das ist in. Ja, Move My Speed gefällt mir hier drinnen. Ja, super nice. Und die Imprint Pieces, okay. Ja, das macht Sinn. Oh. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Was ist die Quest? Imprint Wounds Engraved, okay. Ich wollte auf jeden Fall die mittlere Reihe machen. Da gab es nämlich die Imprints für den Meteor-Skill. Den hätte ich gerne. Was ist die erste? Ich bin jetzt. 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 Get him! Cat attack! Okay, er hat gut auf den Sack bekommen. Er hat richtig gut auf den Sack bekommen. So, gab's jetzt irgendwas besonderes? Ich denke mal hier muss die Scroll direkt droppen. One more. Oder last one besser gesagt. Oh nein, jetzt hat er mich noch geshacklet. RIP! Jetzt ist er da! Ich bin aus dem Sack, ich bin aus der Sack. Oh no! Cat Attack! Das hat nicht so geklappt wie wir uns das vorgestellt haben. Oh, da war ne Scroll. Nice. Ok. Perfekt, sowas haben wir jetzt noch. Die haben wir gemacht. Arena können wir noch machen. Das Labyrinth habe ich bisher auch noch nicht getestet. Bis da so abgeht. 100.000. Ok. Tower of Trial. Das ist schon der Fall. Das ist schon der Fall. Das ist schon der Fall. Oh mein Gott, das ist schon der Fall. K.O. Das ist schon der Fall. Nasbeer. Aspija. Aspijama. Was geht? Oh, das ist schon der Fall. Was ist denn der Fall? K.O. grinden verstehe ich gar nicht wie grinden oh jetzt kommt die frage die gefährliche frage hast du noch fun am game du nicht mehr oder ist schon an einem punkt wo du keinen bock mehr hast oder wie schon zu viel gegrindet das war leider kein perfekt aber hey ich bin jetzt ja noch nicht so lange im endgame also mag eigentlich auch grindy games wir haben gewonnen zu preis post oder was wie gesagt spaß macht man immer noch irgendwelche ziele hat und auch ziele die in reichweite sind selbst wenn ich kann man noch einen neuen charakter der hat mich voll outplayed hey der triggert mich ich charge die ganze zeit rum guck wie geil ich bin kannst du mich mal du willst mir sagen dass der daraus gedocht ist was ist jetzt gestorben hat ja nicht irgendwie noch 60 balken gehabt oder so ich check das nicht aber gut dass der weg ist der war ja immer super nervig mit seinem rumgehampelt da meine güte okay aber meint ist der nächste ist mir egal was du machst ich glaube wir haben verkackt darf man es bis 10 ich glaube nicht unsere hp regenerieren sich nicht oder wir gehen tsch he gone komm schon eins schaffen wir noch dann sollte ich für das nächste mal vielleicht ein paar potions mitnehmen Deine Ernst? Okay. Gar nicht so schlecht fürs erste Mal, würde ich sagen. Nächstes Mal wissen wir Bescheid. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Können wir das nächste Mal direkt hier wieder anfangen bei 10 oder wie? Was ist das hier? 101. Okay, interesting. Violet Flame Aurora Custom Box. Title. Tower of Trial Ruler. Ja, den kriegen wir auch noch den Title. Easy. Da macht man weiter. Okay, ist ja gut. Jetzt musste ich nur noch mal gucken, ob ich alles gemacht habe. Ich habe das, das und das gemacht. Ja, das Labyrinth habe ich nicht gemacht, aber ich weiß nicht, ob das Daily, eine Daily Base ist, ist sozusagen. Fünf können wir, sechs können wir. Okay. Gehen wir hier mal rein, gucken was passiert. More Instance Materials need. Guess not. Ach, wir haben wahrscheinlich Post bekommen, weil unser Dingens, ja genau, weil unser Inventar mal wieder voll ist. Die Imprint Pieces können wir nutzen. Nö, nö, passt schon, also würde mir gerne alles selbst erspielen, das macht, macht mehr Fun. Aber danke, danke fürs Angebot. Sonic Kick, okay. Mew Mew Whirlwind. Mew Shattering. Furball. Dancing Mew. Mew Ah, Meteor. Meteor ist genau das, was ich haben will. Bam. Light Chop. Ey. So. Test 1, 2, 5, 2, 1, 2. Das wollte ich vorhin schon mal machen. Test. Test, test, test. Ich bin am Stream, sorry. So. was los ein bisschen langweilig okay wollte hören was du machst stream und kritiker spielen hast du ja ab den news gewesen sollte ich habe ich das richtig verstanden haben wir nach dem reset den archer heute kann ich mir halt nicht vorstellen versteht kein datum weil ein bisschen will dass uns im stück ich habe kein datum bei bestehen sehen also ist heute posten worden oder vielleicht montag montags ja wirklich ich habe keine ahnung wie viel power ist mittlerweile 140.000 ja es ist halt nur der faktor zeit also ich habe noch nicht mal ansatzweise so viel gespielt wie die anderen erstes hat nicht gestern mein zweiter 70 gefahren hat ja mache ich bestimmt auch noch aber erst mal das upgraden angesagt die upgraden auf jeden fall ins team ist relativ big wall of text über updates bug fixes und raid und hast du nicht gesehen und halt der archer ich bleibe erst mal bei meinem charakter hier wie gesagt dann mal schauen erst mal eine krippen wir haben gerade erst mal endgame erreicht und ich allzu lange zeit deshalb damit mitgehe werden irgendwie alle klassen dann auch irgendwie spieler so keine ahnung wenn jetzt mit meiner katze ja natürlich auch ich glaube fünf millionen oder so allein in reskates gesteckt weil immer irgendetwas für mich nicht gepasst hat aber wenn du deine score hast ich habe jetzt vielleicht über 420 in der stadt ohne katalatis dann geht auch die katze gut das ding ist die impfen die changen halt ziemlich hart bei dem war ganz geht es einfach mal verändern ich bin gerade ein bisschen am rumtesten bisschen ein paar neue skills testen neue builds und so weiter bis ich da das richtige rausgefunden habe was geht und was nicht geht weil die skill beschreibungen die sind halt für den arsch die kannst du nicht drauf gucken das ist geil ne ist geil also gefühlt verstehst du nur die hälfte von dem was eigentlich faktor nicht also das sind teilweise sachen die sind einfach falsch also die sind halt nicht die stimmen halt einfach nicht die dran stehen das ist halt das lustige inwiefern zum beispiel dass der eine der eine skill soll wenn man den erfolgreich ausführt soll der angeblich den cooldown von allen anderen catspaw skills um fünf sekunden reduzieren macht es aber nicht passiert nix meinst du den den dash ne das ist so ein kick ist so ein wirbel kick in der luft mit einem smash am ende also du machst quasi so ein wirbelst dich so nach oben in die luft und dann wenn du so mit er bist machst du noch ein kick nach unten achso lol hast du den advanced ich hab da alles mögliche mitgemacht also der ist auch max level und alles also ich kann dir sagen der der sonne kick der videos cool down um fünf sekunden aber das ist du musst halt dash mit dem du darfst also aber der videos aber dass das ist nicht auf alle sondern es geht glaube ich nur auf kicks oder so dass das da steht da ist die die schreibung nicht ganz richtig aber der kann jetzt so gut vor allem steht da das ich glaube der macht auch nur auf skills die unter level 50 sind ja irgendwie so auf jeden fall das ist ganz ganz komisch ähm was ich halt geil finde ist ähm hier dancing mio heißt der skill ne ja den kennst du ja und ist das der dich invincible macht wo du hin und her springst in der luft oder welcher ist das ja eigentlich ist das ja genau der ist das eigentlich so wenn du die imprints hast die erste reihe was dir jede katze sagt was jeder guide sagt dass du die erste reihe imprints nimmst ist das ding bist du im bayblade du drehst dich im kreis und schießt durch die gegend aber auf den imprints selbst steht davon kein wort so ich drücke diesen skill am boss will in wohl werden damit ich nicht auf die fresse kriege bummst tot und deine ganze kamera schwingt halt weil du halt durch die gegend wibbelst und du davon nicht klarkommst so das ist halt total dämlich so die imprints ja es gibt noch viele sachen zum auswenden da ist halt ein mega fernster ist halt viel input also ich mag das eigentlich das mit der transform hast du jetzt aber denke ich mal geschnallt ne klasse spielen und so ist kein thema es ist halt nur die richtigen skills jetzt finden weil wie gesagt beschreibung ist halt für den arsch deshalb testen ist besser ja hast du den ähm den special den allerersten von den katzen spielt schon special das wo die katze über dem gegner auftaucht ähm diese katzenpfote ja na klar im debuff da hab ich echt lange für gebraucht das ein bisschen zu verstehen aber so weird logo ist doch ehrensache ja ne klar den hab ich auch drin der kostet der kostet glaube ich nicht mal sp wenn er den skills ob das früher er ist sowieso mega wird keine ahnung mit dem skill er kostet ich habe beispielsweise jetzt noch 10 awakening points bin halt am überlegen ähm den 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 wirbelwind früher hieß der übrigens tailchaser fand ich viel besser ähm den wildwind ob ich den awaken oder ob ich den playing with reds awaken weil das macht schon hart der matcher teil ähm oder ob ich den halfen und kick auf awakening mache weißt du das problem ist halt dann fehlt dir der alfred mit einem halfen und kick weil standardmäßig hast du diese drei kicks und ähm wenn du den awaken hast du halt noch zwei kicks äh der air kick fällt weg ja wenn ich momentan noch so ein der hänner überlegen dann armor shattering meow musst du auf jeden fall awaken ich denke mal hast du auch getan weil das ist logisch ne und das ist der wo er sich so hoch tritt und dann wieder rein tritt ähm und wenn du den abbrichst ist der gegner also du kannst du den kürzer an dann ist halt der damage weniger aber der ist trotzdem gestammt der gegner das ist relativ nahe so ähm das glaub ich den skill den ich meinte das müsste armour shattering meow sein ja das ist der den ich meinte der soll eigentlich ja pass auf äh wo ist es ja cooldown reduction upon successful hit 5 seconds ja das ist der sonne kick ähm ne das steht bei armour shattering meow drin oder müssen alle alle hits treffen und dann musst du durchziehen ohne gehitte zu werden und den boss treffen ja du hast doch ein iframe in der animation kannst du nicht getötet werden mich haben wir da schon raus gehauen jetzt schon ein boss der mich da raus geholt hat während ich am drehen war oh wo kommt der an pc her hm hm geh in den trainingsraum und teste es hm challenge hey okay jetzt noch eine rote quest ach hier ah jetzt ist talisman freischalten angesagt okay das ist kein sei na du kommst du in die sechs dinger rein ja ne ich müsste jetzt alles freigeschalten haben aber ich ich habe jetzt halt auch die 140.000 aber nicht mehr so lange glaube ich wenn sich meine katalapis verbraucht hat dann habe ich ein bisschen weniger könnte schon wieder unter 140 sein ich habe gar keinen katalapis mehr an ich habe einen goldenen im lager liegen ich habe den gar nicht mehr an weil der ist so schnell wieder leer ich habe gar keinen bock den zu rechargen also mit katalapis habe ich wahrscheinlich so 450 oder 410 muss man muss man dahin wo ist das wo ist denn der trainingsraum wo ist denn der trainingsraum wenn ich es darauf anlege und mich beeile schaffe ich die spinne auf 1 in 90 Sekunden oder so wo ist denn der waffe da sagt mir halt nichts ich habe halt keinen vergleich also ich bin jetzt erstmal ich habe jetzt erstmal meine 140.000 jetzt kann ich ja den ganzen quark erst überhaupt erst farmen auf deinem level ist es wahrscheinlich kennst du was hast du jetzt momentan für eine waffe Dorn irgendwas eine für vier millionen hat mir honey gegeben habe ich ihm abgekauft also er wollte sie mir schenken aber ich habe sie ihm abgekauft Dorn Captain Stagger 15.000 Attack whatever es gibt nämlich die zwei verschiedene eroded waffen die sind in klassen spezialisiert in denen droppst du die beiden waffen haben bonus damage auf zwei skills von dir ich bin halt ich habe die auch nicht ich bin aber halt noch im legen eine davon zu holen weil ich habe ich habe auch nur den hier ist das tolle ding ich habe nur Captain Stagger plus 10 ich bin mal ganz kurz aufk ich bin gleich wieder da alright back guys gebt mir eine Minute du gerne hast du dir bist ... Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. So, ich hatte hier irgendeine Quest, das hatte ich hier noch. Oder das kann man die überall machen. Okay, das nehmen wir. Gif. Re-stuff. So, was ist mit der einen Quest jetzt hier? Blue-Black-Iron-Sword. Soll ich das herstellen? Oder was ist der Plan hier? Den Mile Abandoned Mine. Äh, nope. Was ist überhaupt wichtig? Vielleicht müssen wir das craften oder so. Egal. Machen wir später. Dann sind wir ja so gut durch mit den Quests. Back to Farming, würde ich sagen. Oh Mann. Wollen wir das echt machen? Wir haben gerade so die Combat-Power, ich meine. Ändert sich der Loot da? Nicht so aus. Ist nur die Drop-Chance, oder? Was ist das hier? Eine Million Combat-Power. Easy. Ach, das ist der komische Dude. Komische Opa da. Was gibt's da? Safeguard. Der Enhanceman-Stone, ist okay. Wie oft kann man rein? Dreimal. Mein absoluter Lieblings-Skill ist der... Lightning-Job. Ich finde den so geil. Den habe ich jetzt gar nicht mehr mitgeskillt. Den fand ich auch ziemlich cool, aber ist halt... Weiß nicht. Hat der vom Damage-Output nicht gut genug. Aber er hat einen geringen Cooldown. Und sieht cool aus. Bisschen Aue hier. Ich weiß nicht, wie du spielst, aber wenn du nur mit High-Cooler und skillst, spielst, ist es total kacke. Mach ich gar nicht, ne. Wie cool aus, was wir kriegen. Also, ach, du spielst wahrscheinlich hier mit dem Thunder. Und mit dem... mit dem Catclaw oder so'n Scheiß, ne? Ja. Bis auf das Erste. Der Thunder ist auch nicht mehr geskillt. Was ist das denn? Warte mal, du... Welchen Thunder meinst du denn? Von meinem Schock oder was? Du sagst, das wäre der erste Skill, den du meintest. Welchen anderen Blitz-Skill meintest du dann sonst noch? Ne, den meinte ich. Das ist schon der, oder nicht? Ja. Ja klar, also den hatte ich auch mal ne Weile geskillt. Damit habe ich die ganze Zeit gespielt. Ist ein cooler Skill. Ja, den hatte ich auch mal, aber ich habe ihn auch weggeskillt mittlerweile. Ich finde den halt... Ich finde den cool, aber nicht stark genug. Kommt aber eventuell wieder rein, weil... Das mit dem 1 funktioniert gar nicht so. Also was ich auf jeden Fall habe, ist der Instant-Kill auf 1, weil das einfach ein geiler Gap-Chaser ist, ne? Also Gap-Closer. Ja, hatte ich auch ne Weile drin, dann habe ich jetzt auch nicht mehr. Habe ich nur auf 1, damit ich den Gap-Closer habe. Das könnt ihr immer mal brauchen. Wenn dein Dash of Bulldog ist oder so weiter. Ähm... Ich habe Spirrell, also quasi den Range Attack, den habe ich gemacht. Dann halt hier mein Neo-Lightning, dann die 5 Neo-Kills. Ähm, den Half-Moon-Kick. Den Meteor, weil... Immer Skill itself, ne? Dann die Reds auch. Dann den Armour-Shet-Ring. Turbul auf 1, Sonic-Kick auf 1. Denkst den Neo-Max. Neo-Lady, the Quancy. Auch Max. Und halt das Neo-Transform. Das Spiel. Und die anderen beiden nur auf 1, 2, 2, 3, 3. I-Frame-Tilt. Tilt weg. Wie kann der Mob denn einfach aus diesem Scheiß-Ulti rausspringen, Mann? Aus welchem Ulti meinst du, aus dem Katzenfall? So ein Katzen-Ulti. Der, der liegt. Also ich benutze den nur zum I-Frame. Das ist, weil sie nicht. Das dauert halt eine Stunde. Und macht dann im Verhältnis auch nicht mit krassen Schaden. Aber es ist halt ein I-Frame, der so gefühlt 10 Sekunden hält. Deswegen ist das relativ krass. Der Wirbelsturm ist halt auch geil. Bei den beiden Wirbelsturm kannst du halt die AE von der Wirbelsturm erhöhen, ne? Was ich persönlich ganz cool finde. Naja, so weit habe ich noch geskillt, damit also die das Awakening oder was auch immer. Ja, genau. Das ist ziemlich gut. Gerade wenn du irgendwie Scheiß-Wiecher noch klären musst, die auseinanderstehen und so, das ist mega. Ja, ich habe den mal zum Zusammenpullen genommen. Dafür war er ganz praktisch. Und hat auch irgendwie gar keinen cooldown. Ja, cooldown ist okay. Macht halt dafür aber nicht viel Damage. Das ginge ganz gut, muss ich sagen. Ist egal, welches Stage, okay. Wait, what? Wait a second. Das ist hier. Das ist, wo meine Waffe droppt hier, oder was? Der zweite, die Spinne. Noxious Rainforest. Genau. Ah, dann sollte ich den vielleicht mal machen. Scheiß auf alles an, ne? Let's go. Oh, ist die gay, die Spinne, alter. Hey. Sie ist nicht nett, okay. Nein, das Ding ist, ich habe gerade das Ende von den dicken Skills gezogen, ne? Den Minut-Trotown-Skill, den Big Lady. Und die Spinne hat, ähm, so einen, so einen Skill quasi, wo sie Invis geht und sie verfolgt und sie den mitgeben will, quasi, wie so ein Assassin, weißt du? Ähm. Auch so One-Shot ist hier. Und ich habe gerade das Skill angesetzt, und dann ist die Invis gegangen. Und dann ist die Skill nicht durchgegangen, weil sie nicht mehr hat uns einfach fortgegeben. G, fucking G. Ich kenne ganz Spaß aus, wie die Viecher hier. Ich kann ja, ob ich das schaffe. Bist du auf 0 reinge, also auf 1 reingegangen oder direkt rüber? Äh, ich glaube, es sei eins, ja. Also maximal zwei, wenn dann. Aber ich glaube, es sei eins, ja. Erstmal gucken, was sie kann, so. Ziemlich kawaii auf jeden Fall. Also, dass die Invis gehen kann, ist eigentlich mit das nervigste. Sonst kann ich nicht wirklich hier. Der erste Boss, der kann dir diesen, der Sargaus-Boss, kann dir diesen One-Shot geben. Das ist ziemlich cancer. Erstmal habe ich ihr den Katzen-Kampf mitgebracht. Da hast du keine Antwort bisher drauf gehabt. Ja, das dauert auch nur eine Stunde, bis der Katzen-Kampf zu Ende ist. Also, was ich bei dem Katzen-Kampf ziemlich cancer finde, ist, dass du den gerne mal misplaced. Und du den einfach Katzen-Kampf machst. Und das passiert halt einfach nichts, weil der Boss versteht so. Außer, dass du einfach mal eine gefühlten halbschöne Eifel ist. Also, das stört mir noch schon ein bisschen von dem Skill. Du musst halt auf jeden Fall auf Boss-Target gehen, oder was? Ja. Ey, das ist super nervig mit dem. Ich meine, man sieht sie auf der... Also, man sieht, wo die Katze... Äh, die Katze, sag ich schon, die Spinne ist. Trotzdem. Ja, die Katze ist trotzdem nicht gescheit, ey. Aber das ist ein bisschen demnig, weil ich fühle. Äh, ich stehe hinter ihr und sie trifft mich. Ich bin mit demnig. Weakness? Was? Feuer und Darkness, oder was? Ach. Ich bin mit demnig. Ich bin mit demnig. Ich bin mit demnig. Ich bin mit demnig. Die ist schon wieder aus meinem... Das ist gay. Ist überhaupt irgendwas gedroppt? Transcendence? Dann fahren wir doch mal Spinne. wollen wir zusammenlaufen also ich mache nur die erste stufe gerade also ich kann maximal die zweiten machen also auf 1 drauf so hinterherlaufen aber es gibt halt einfach keinen sinn das hört so ich kann es hat auch auf sieben laufen drauf zeit exakt den selben ja was die top chance nicht höher irgendwas muss ja sein ist ja irgendwie ein vorteil haben dass du das auf einer höheren stufe läuft weil er tut es ja gleicher ja der blut ist soweit wenn ich das richtig verstand blut ist nur halt mehr meinte das bieter auch gerade was mehr mehr slots einfach sowieso er macht man muss jetzt noch einmal ich weiß gleich ob ich gerade drin bin und dann gehe ich raus dann kann man zusammenlaufen und bock hat wie gesagt auf 1 mache ich den mann schatten ach komm mach nicht diesen okay okay perfect ich hab dazu würde auch mal gucken ich habe doch noch drop potions die laufen ja eh aus das ist nur wenn ich alleine laufen dann muss ich sechs mal auch alleine laufen damit ich die dinger loswerde vor besetzt danach können wir gerne 3 oder warte mal wie lange halten die überhaupt die halten eine halbe stunde steht das nach da okay hast du mich überredet dann kommt dann kommt das bitte ich jetzt hier raus muss halt gucken dass ich irgendwie meine das meine dass ich nicht unter die 140.000 falle wenn meine katala bis da ausläuft es wird ziemlich mist ich mal gucken wenn ich das ane kippe mich bei 132.000 ich bin channel 4 das wird problematisch ich kann sowieso nur ein paar runs machen dann weiß jetzt nicht wie viel ich verbraucht habe eventuell kann ich mit wenn ich ein paar gems rein machen mein equipment damit noch meine combat power ein bisschen pushen mal zur gilden meister tante wohin zur gilden meister tante die ist direkt neben dem gate aber bist du das kann sein ja mache attack und spirit rein warum spirit ach so du meinst fighting spirit ich dachte grad du meinst mp oder sowas ja okay das würde sinn machen habt ihr schon party das bieter steht direkt daneben so in einem grund dachte ich dass spirit jetzt mp wäre weil ja in vielen mmos spirit halt so der wert für mann ja weg und so ist nein du hast weiter experience ja ja das wird dann auch eingefallen dass der fighting spirit meint was mehr sinn macht mal gucken wenn der scheiß ausgelaufen ist dann so was muss ich jetzt machen muss ich ja alle ins gate gehen ich bin wieder alle ins gate gegangen kannst du das ding nicht auswählen was ist das jetzt 1 hat es 1 okay Moment, ich muss mal noch eins sammeln. Sorry, guys. Achso, das wird automatisch dann. Okay, kann ich leechen? Mach ich den auf Yoha? Ja, nice. Oh, what? Achso, ich wollte schon sagen. A-Ranking, nice. Ich bin nicht der Gruppenleader, oder? Ich weiß nicht, wenn er mit dir redet, kann ich nicht... Also ich bin auf jeden Fall... Ich habe die Gruppe nicht aufgemacht. Also er meinte, du sollst auf 7 machen. Ich bin der Gruppe. Ja gut, hier mache ich gar nichts, hier chill ich. Wahrscheinlich hauen die Mobs auch zu wie ein Tracker. Quatsch, wie eine U-Bahn. Ja, unsere Kitty Ports overwriten. Ich weiß nicht, ob du da schon was bist. Keine Ahnung, ne. Ja, der Buff ist ja noch nicht Party gespielt. Ich habe nur mit zwei Katzen in einer Party bist. Das ist so ein bisschen gay. Oh Gott, ich glaube, ich habe da nebengehauen. Ich war nützlich. Ich habe ein Multi drauf gemacht. Das ist wahrscheinlich wirklich am besten, wenn ich einfach gar nichts mache. Na, da kriegst du halt ein S-Ranking. Du musst nur aufpassen, dass du dich nicht treffen lassen hast. Und hast du dir einen Range Attack? Ich habe einiges an Range Attacks. Nein, ich meine den, den du wirfst quasi. Diese Spiral-Teile. Was ist das denn, was macht du noch Range Attack, ohne dass du noch... Solange du nicht diesen komischen Churiken meinst, habe ich das ja. Ne, das ist der orange, das hier. Ja, Logo, Lull. Das kannst du halt machen, ohne dass du irgendwie auf Medik geht, sondern ich verzeihe, ohne dass ich das nicht verzeihe. Hast du gesehen, wie ich den fertig gemacht habe? Na, wie amazing. Äh, amazing. Irgendeiner muss noch acceptieren. Ich habe schon gedrückt. Hier. Wir machen das nicht.